Wie ist mein Geld sicher angelegt? Ich will mit 55 aufhören. Was kostet mich das im Monat? Soll ich das machen? Was ist eigentlich ein Hedgefonds? Was ist, wenn ich früher in mein Geld will? Wieso hat mein Nachbar drei Autos? Und ich nicht. Ob's Deutschland diesmal schafft? Soll ich jetzt wirklich Aktien kaufen? Jeder Mensch hat andere Fragen. Deshalb beraten wir Sie individuell. Dresdner Bank. Die Beraterbank. Die Beraterbank.